Hör doch mal auf, Alter! Halt doch die Schnauze. Halt doch. Oh, was ist denn das jetzt, Alter? Was ist denn das jetzt? Das Spiel hat doch nicht mal alle Latten am Zaun. Ja, ist gut, komm. Na dann, auch ein neues hier unten ist irgendwie in May. Na ja, mal sehen. Also, das ist jetzt mein Zeug nicht kriege, aber dann haben wir auch die Stau zufolge heute. Halt still, du Idiot. Halt doch mal still! Alter, hat auch eine Stunde gebraucht, um umzuteilen. Oh, was ist das? Hä? Wieso war meine GoPro noch an? Och, jetzt hört doch mal auf mit diesem Geruckel an dauernd Menschen-Skin. Oh, jetzt ist meine Waffe jetzt auch wieder weg, Alter. Och, Mann, ist das dumm. Ich kotze gleich im Strahlen hier. Oh, jetzt ist dahinter ein Blatt, Alter. Oh, ey. Alter. Junge, das kannst du doch keinem erzählen, Alter. Der ist hier, zwei Sekunden nach dem Schuss hat er noch gestanden. Oh, ey. Leckomio am Arsch, Alter. Wenn ich drüben bin, habe ich es eigentlich fast geschafft. Dann muss ich bloß ins Haus, den Mist einsammeln. Und am Ende ist wieder happy. Schießen die dort, wo mein Zeug ist. Irgendwie ist mein Bild schlechter geworden seit dem Treiber-Update heute. Waren ja alle Settings wieder zurückgestellt. Konnte ich wieder neu einstellen. Vielleicht hat sich irgendwas nicht richtig eingestellt. Das sieht irgendwie unschön aus, finde ich. Keine Ahnung. Das sieht gut aus, finde ich. Ich hoffe, meine Mails erschießen mich jetzt nicht. Brett auf. Ja, hinter mir, als ich tot war, ist die Tür zu. Alter, halt doch die Schnauze, halt doch die Schnauze, mach das Brett zu, du dumme Sau, Alter. Da fällt mir nichts ein dazu, das ist sensationell, aber das ist ein Aero-Occordhalter, die Schnauze. Das habe ich alles, Kopfhörer, Headset, das, 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 Munition, ein Schluck trinken, hier. Hallo. Hallo. Hi, friends, please don't shoot me. Haha. Haha. Hallo. 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 Saggbrigens. alter. Ocholicies. Hallo. behavi单. Hafen. Uf. Jetzt lass auf's- Antonius, oder? Eine, ne? Mann, so nah und doch, so fern, Alter, leckt mich doch. Mann, ich wäre fast da gewesen. Ich glaube, das sah gut aus. Hört doch mal auf, Alter. So ein, Alter, ich habe bald die Faxen dicke hier. Guckt doch, wie die Granate fliegt, Alter. Ja, ist klar, Junge. Schieß doch, du blöde Sau, du selten dämliches Drecksspiel. Du scheiße. Er geht nicht mehr ans Aim. Er kann die Waffe nicht mehr wechseln, Alter. Oh, halt doch die Schnauze, halt doch. Oh, was ist denn das jetzt, Alter, was ist denn das jetzt? Ach komm, fickt euch doch, fickt euch doch so dermaßen. Diese Dreckssurfer, Alter, guckt dir doch die Scheiße an hier. Ist doch dumm, Alter. Er macht gar nichts mehr, er macht gar nichts mehr, Alter. Ist das dumm, ist das dumm. Ich habe bald die Schnauze voll hier. Ich habe bald dermaßen die Schnauze voll von diesem Drecksgame. Wieso läuft er denn noch rum und schießt mich? Ich kann nichts machen. Ich kann zum Fick nichts machen hier. Ich kann nicht schießen. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Ach komm, das ist doch dumm. Dieses Spiel geht mir so hart auf den Sack, Alter. Die kriegen hier nichts geschissen. Die Surfer und jetzt diese Scheiße hier. Was ist denn das für eine verfickte Schmicky-Maus-Scheiße hier? Ich kann nichts machen. Es liegt meine Mose wieder mit mir. Oh, guckt euch das doch an. Guckt euch diese Scheiße doch an. Das Spiel hat doch nicht mal alle Latten am Zaun. Ich kann nichts machen. Ich kann zum Fick nichts machen hier. Guckt euch den Körper auch an. Ach komm, ich kotz gleich ein Strahl. Dieses Spiel auch nicht. Halt doch die Schnauze. Junge, so einfach ein F***s-Game, Alter. Ja, ist gut. Komm, Fick das Drecks-Game, Alter. Ich lösche die Scheiße gleich. Dieses Spiel. Was hast du überhaupt vor? Ich muss fort nachher drunter. Ich muss die Eingänge auch mal. Ich stand schon vor dem zweiten, Alter. So dumm. Dieses Spiel bringt mich zum Irrsinn. In den Irrsinn, Alter. Es war doch am Anfang nicht so beschissen, wie es jetzt ist. Ich denke, die machen mal was dran. Es wird immer dümmer. Diese Scheiße hier. Ich habe ja nichts dagegen, wenn es knackig ist. Du kannst ja gar nichts machen, Alter. Die schweben hier rum, dann springen die in Sekunden schnell von links nach rechts, Alter. Du triffst sie nicht und dann schießt deine Knarre nicht immer an. Ach, hör doch auf, Alter. Ich habe ja keinen Bock mehr. Ich merke das schon, wie das immer hackt hier. Ja. Dieses Gehacke, du. Das geht mir auch so auf den Sack. Immer vor, immer zurück. Du kämpfst nicht bis vor, dann verweckst du. Wenn ich jetzt verrecher, ist mein Zeug weg. Ja, das ist doch. Das, was du jetzt an hast, dann komm mal da. Ja, du darfst auf den Scheiß gar nicht verzichten, auf den Dreck. Anderer verliere ich hier meine M4 durch so ein Müll. Ja, stimmt. Ja, wisst du was? Aber wir sind ja schuld. Wir müssen unsere Internetleitung überprüfen oder einen Router zurücksetzen, hat der Gasper da gesagt. Das liegt nicht an denen hier im Server, das ist Ruckeln. Nö. Und dieses hin und her Geschnipser. Ja. Es ist eben auch die Nüsse. Ich kann auch den Scheiß-Server nicht wechseln, da ist das Zeug direkt weg. Ja, weil diese Pisspötte, Alter. Zu blöde sind hier, eine Versicherung zu implementieren. Und der dümmste Scheiß ist, wenn du nochmal verwechselst, ist dein Zeug direkt weg. Statt das einfach mal liegen lassen. Die Leiche weg, aber dein Zeug liegen lassen. Das kotzt mal an hier. Wieso ist mein Zeug dann weg? Hat die Erde gefressen oder was? Güne Ahnung. Deine Leiche ist verwest, ja. Obwohl die Waffe. Ja, gleich direkt mit verrostet alles. Gleich komplett weg. Du hast gestern mal alles rausgehauen, wenn ich fräck war. Dann bleibt es ja komisch, weil es jetzt alles liegen ist. Ja, da bleibt es liegen. Das ist ja völlig dumm, Alter. Das war eine halbe Stunde, ich brauche, wenn er eingenickt ist. Und dieses Geruckel, Alter. Das macht mich irre. Er fängt immer vor, immer zurück. Oh, jetzt ist meine Mose wieder weg. Ich kann ja, ich drücke hier uns ein. Es geht nicht. Du hast es aber in der Hand, ja? Ja, er nimmt es nicht. Aber wie, du hast die ganz komische in der Hand. Wie so ein Spatenstiel. Jetzt wechsle ich zum Messer. Er nimmt das Messer nicht. Jetzt hast du das Messer noch. Er hat ja die komisch gehalten. Die ging durch sein Knie. Das war doch gerade zwei. Wie soll es die Treppen, na ja. So, lass uns rüberkrabbeln. Das war ein Spieler da oben draußen, vor der Mauer. Oh ja, da oben ist er einer. Auf der Mauer oben da. Da oben da irgendwo auf der Mauer gerade. Ja, habe ich auch gesehen. Wenn ich ihn mal sehe, muss ich schießen. Ja, da leise. Nee, muss nicht. Ja, oben läuft er, ja? Jetzt wird er runter. Da, wo jetzt das Braune an der Mauer ist. Ja, ich weiß. Der ist dumm. Der fliegt wahrscheinlich wieder. Aber jetzt nicht zu schleichen. Ja. 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 Ja.